Ich meine, er hat ja einen Bart, so einen Ansatz, der ist sehr gepflegt und hat gute Zähne. Also könnte ich mir vorstellen, dass das ganz ordentlich aussieht bei ihm zu Hause. Alles liegt auf dem Bett, auf dem Stuhl, auf dem Sofa, auf meiner Scheibe ist ganz so viel Papier so hoch. Sofa, auf dem Sofa, auf dem Sofa, auf dem Sofa. Sofa, auf dem Sofa.